Hallo zusammen, schön, dass ihr alle da seid. Macht schon mal ein bisschen Lärm, würde ich sagen, oder? Ja, ein bisschen Lärm, das muss besser werden. Jawohl, geht ja. Wir müssen schützen, was wir lieben. Wir müssen sagen, wenn es verstört. Wir müssen tun, was wir zu tun haben. Wir müssen schreien, aber es war uns klar. Wir will nicht sagen, was wir wollen. Das ist nur der Neues, wir bekommen. Was kommt hoch? Die Brüder hat uns nicht mehr sein. Wenn wir nicht mehr zwei sind, sondern viele, dann brauchen wir nicht so zu sein. Wenn wir nicht mehr zwei sind, sondern viele, dann können wir was ändern. Wenn wir uns nicht bald organisieren, werden wir uns zu stumm. Wenn wir nicht mehr zwei sind, sondern viele, dann brauchen wir nicht so zu schreien. Wenn wir nicht mehr zwei sind, wenn wir nicht mehr zwei sind, sondern viele, dann können wir was ändern. Wenn wir nicht mehr zwei sind, sondern viele, dann brauchen wir nicht so zu schreien. Wenn wir nicht mehr zwei sind, wenn wir nicht mehr zwei sind, sondern viele, dann können wir was ändern. Wenn wir nicht mehr zwei sind, sondern viele, dann können wir uns nicht mehr zwei sein. Dankeschön! Okay, weiter geht's. Wenn ich mir diese Welt so ansehe. Wenn ich mir diese Welt so ansehe, dann seh ich meist nur ein sinkendes Schiff. Wo ich stell mir vor, dass mitten im Meer treibt mit einem unreparierbaren Wiss. Und wir haben es doch alle kommen sehen, haben bloß nie auseinander gehört. Und selbst der Cap gibt noch das Kommando, dass man das Holz dieses Schiffes zerstört. Und ich würde den Riss gern noch fliegen, doch ich bin leider viel zu klein. Da ich kann diese Welt nicht ändern, kann versuchen so laut zu schreien. Und vielleicht wird mich dann jemand hören, der genauso denkt wie ich. Gemeinsam sind wir ein Feuer, bis der sie gilt, das Meeres zerbringt. Oh 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 Habt doch auch alle Kinder oder einen Menschen, den ihr unendlich liebt. Ihr hattet sicher auch mal Träume, wollten das Gute über Böse zieht. Und wir haben es, alle Konten, haben bloß nie aufeinander gehört. Und ich trich einfach nicht in meinen Kopf mal, warum die Menschheit sich selbst sehen, dass die schöne Erde zerstört. Und kurz vor dem Untergang reist ein Herr Unsen das Ruder noch um. Und es gibt einen großen Aufschrei und eine riesen Revolution Und wir kennen, kommen die Tränen und er erinnert sich an die Zeit Als er selbst noch ein Kind war, voll und treu und zum Leben bereit Und die Menschen feiern den Aufschwung, nicht der Wirtschaft, sondern der Liebe Allgelob, feierlich, wir wollen niemals, niemals mehr fliegen Singt ihr jetzt mit mir an? Oh 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 Nein, das ist Feuer. Nein, das ist Feuer. Danke.